Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute mal ein neues Lied mitgebracht, weil ich dachte immer nur die alten Lieder, die wir schon in der Musikschule kennen, ist doch langweilig, oder? Beim nächsten Lied dürft ihr mitmachen und ich will euch einmal sagen, was ihr machen müsst, bevor es losgeht. Es geht nämlich los mit einem Sprung. Also dann springt ihr einmal, danach kommt ein Kick. Kennt ihr das vielleicht vom Boxen? Da darf man mal einmal mit seinem Fuß so treten, ja? Danach dürfen wir einen Schritt nach rechts machen und dann kommt wieder der Sprung und wieder der Kick mit dem Bein und dann kommt ein Schritt nach links. Und nachher kommt noch ein Stückchen, wo ihr mal so richtig schnell flitzen dürft. Vielleicht habt ihr Platz zu Hause oder im Garten, ja? Das Wetter ist ja heute schön. Also wir fangen an mit dem Sprung. Los geht's! Und es dürfte flitzen, jetzt wollen wir mal wieder richtig flitzen. Wir wollen nicht mehr, nur faul das Sitze. Wir rennen durch den Baum ganz schnell, man zieht uns kaum, oh yeah. Schaut mal alle her. Könnt ihr noch? Einmal von vorne mit dem Sprung geht's los. Achtung! Ein Sprung! Ein Kick! Nach links zu Schritt so bleiben wir alle richtig fit. Ein Sprung! Ein Kick! Nach links zu Schritt so bleiben wir alle richtig fit. Ein Sprung! Ein Kick! Nach links zu Schritt so bleiben wir alle richtig fit. Ein Sprung! Ein Kick! Nach links zu Schritt so bleiben wir alle richtig fit. Und wieder flitzen, jetzt wollen wir mal wieder richtig flitzen. Wollen nicht mehr, nur faul das Sitze. Wir rennen durch den Baum ganz schnell, man zieht uns kaum, oh yeah. Schaut mal alle her. Ich warte mal alle her. Wir reen zuerst. Ich warte mal.